Na ja, wenn wir mal so schauen, war das Spiel eigentlich sehr ausgeglichen. War ein sehr krampfbetontes Spiel. Und ich finde, wenn du vorne die Tore nicht machst, kriegst du irgendwann die Dinger rein. Und ich finde, bei dem Freistoß muss der Torwart einfach rauskommen und den Ball wegschlagen. Und der bleibt einfach im Tor drin. Und dann so ein dummer Rückschlag 1-0 für den Gegner. Dann haben wir umgestellt, haben ein bisschen offensiver gespielt. Dann kriegst du halt in der letzten Minute, weil du halt die Räume dann auch aufmachst. In der letzten Minute dann ist 2-0. Aber ich finde, war echt ein ordentliches Spiel. Wir haben auch wirklich in der Mannschaft personelle Probleme. Sehr viele verletzte Spieler. Aber die Jungs, die heute auf dem Platz waren, haben es eigentlich ordentlich gemacht. Na, mal sehen. Also die Saison ist noch lang. Wenn wir noch ein paar Spieler bekommen, denke ich mal, dass wir oben mitmachen. Ja, definitiv. Also mit der Leistung heute können wir nicht zufrieden sein. Ähnlicher Verlauf wie letzte Woche auch schon, wo wir das Spitzenspiel verloren haben. 1-0 bei Friedrichshagen. Heute wieder gegen den Gegner, wie gesagt, getroffen, der sehr, sehr tief stand. Was aber trotzdem keine Ausrede ist. Wir waren zu langsam im eigenen Ballbesitz. Aus dem Ballbesitz, den wir hatten, der bestimmt bei 80 Prozent lag, haben wir zu wenig gemacht. Haben zu ungenau gespielt. Wir waren zu fahrig in vielen Situationen. Und sowas muss dann natürlich angesprochen werden. Wir hatten heute das Glück, dass wir das Spiel dritter gegen fünfter gewinnen. Letzte Woche hatten wir das Pech. Und sowas muss dann angesprochen werden, dass wir aus so viel Ballbesitz in zwei Spielen einfach definitiv mehr machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja sowieso, ich habe ja den Kader auch dementsprechend aufgebaut. Wir hatten am Anfang der Saison ein Ziel, haben gesagt, okay, wir wollen oben mitspielen. Und eigentlich haben wir ja auch diesen Kader. Ja, die Jungs haben das ja auch eigentlich drauf. Aber wie gesagt, wir haben ein paar personelle heute Spieler gehabt, die nicht da waren. Und ich finde, wenn wir im Winter noch ein bisschen zulegen, werden wir auf jeden Fall mit oben dabei sein, weil die letzten Spiele gegen Nordberliner, gegen Friedrichsagen, ich finde, war eigentlich nicht so, wie es sein sollte vom Ergebnis her. Aber spielerisch waren wir auf jeden Fall mit die Mannschaft, die oben gegen die oberen Mannschaften gut mitgehalten haben. Wir sind als Mannschaft quasi von einem anderen Verein zu Sternmarienfelde gekommen und so, was den Großteil der Mannschaft betrifft. Wir haben mit 14, mit einem 14er Stamm haben wir angefangen, haben uns dann jetzt einen Stamm von 23 Mann erarbeitet. Ja, und deswegen, das hat, das stand alles sehr, sehr lange in der Schwebe, ob es überhaupt hier zustande kommt oder nicht. Und da haben viele Leute intensiv gearbeitet, dass ein Kader zustande kommt. Und dann haben wir innerhalb der Mannschaft gesagt, wir wollen, wir wollen eine gute Runde spielen, wir wollen oben mit dabei sein. Ob es dann am Ende dafür reicht, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, wir haben viele gute Mannschaften in der Staffel. Hertha 06, Nordberliner, Friedrichsagen, JFC, da sind gute Mannschaften dabei. Wir haben bisher zwei Spiele verloren, den Rest gewonnen. Dafür, dass wir so gestartet sind, bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.